Ich bin Peppa Wutz, das ist mein kleiner Bruder Schorsch, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz, die Beule von Frau Löffel. Peppa und Schorsch spielen mit Luzi Locke und Pedro Pony. Da kommen Luisa und Linus Löffel. Hallo Luisa. Ich habe ein Geheimnis. Was denn für eins? Meine Mama hat eine große Beule am Bauch. Oh. Hat sie zu viel gegessen? Nein, da ist ein Babykaninchen drin. Frau Löffel, haben Sie wirklich ein Babykaninchen im Bauch? Ja. Möchtest du es gern mal hören? Ja, klar. Na und, kannst du seinen Herzschlag hören? Ja, das kann ich. Es macht so bumm, bumm, bumm. Oh, es bewegt sich schon. Ja, manchmal treten ein Babys schon ein bisschen. Und wie heißt das Baby? Ich weiß es noch nicht. Wollt ihr euch vielleicht einen Namen ausdenken? Ja, gern. Guten Tag, Frau Löffel. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Kaffee darf ich nicht trinken, aber ich habe ziemlich großen Hunger. Möchten Sie eine Karotte? Karotten mag ich gerade nicht. Haben Sie vielleicht Kartoffeln? Ja, natürlich. Eine Kartoffel mit Pudding und Käse und Erdbeerkompott, bitte. Eine Kartoffel mit Pudding, Käse und Erdbeerkompott? Was für eine merkwürdige Mischung. Wir müssen uns einen Namen für das Baby ausdenken. Ja, wenn es ein Mädchen wird, dann nennen wir es Elisabeth Löffel. Oder wie wäre es mit Lola Löffel? Lolita Löffel? Jennifer Löffel? Ich glaube, nein, er nicht, Pedro. Jennifer Löffel klingt doch nicht gut. Ich mag Lotte. Lotte Löffel. Ja, das klingt toll. Aber vielleicht ist das Baby ein Junge. Oh. Dann vielleicht... Lukas Löffel. Leander Löffel. Michael Löffel. Michael Löffel? Nein. Laurens Löffel. Ja, Laurens Löffel. Danke für die leckere Kartoffel mit Pudding, Käse und Erdbeerkompott, Frau Wutz. Gern geschehen. Wir haben einen Namen für das Baby. Lotte, falls es ein Mädchen ist und Laurens, falls es ein Junge ist. Das sind sehr schöne Namen. Schade, dass das Baby nicht beide Namen bekommen kann. Au. Oh, mein Bauch. Das kommt, weil du immer so komische Sachen isst. Das glaube ich nicht, Papa Löffel. Das Baby kommt jetzt. Oh wei. Auf ins Krankenhaus. Schnell Beeilung. Keine Panik. Tschüss. Tschüss. Viel Glück. Hast du alle Sachen eingeparkt? Ich hab an alles gedacht. Duftkerzen, Yoga-Musik, Kissen und genug zu essen für mindestens drei Tage. Keine Panik, keine Panik. Hallo da drin. Wir bekommen ein Kaninchen. Hallo Schwester. Was machst du denn hier? Ich kriege ein Baby, weißt du noch? Oh ja. Dann komm mal besser mit. Kann ich denn auch mitkommen? Muuu. Sie müssen bitte erst das Auto parken. Aber keine Sorge. Ein Baby zu bekommen braucht immer so viel Zeit. Alle Mann aus dem Weg. Meine Schwester bekommt ein Baby. Ein Teekessel und ein Haufen Handtücher. Das sollte ja wohl für einige Tage reichen. Wo soll der ganze Krempel hin? Zurück ins Auto. Wir brauchen ihn nicht mehr. Was? Papa, jetzt hast du die Geburt verpasst. Wirklich? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Beides. Wir haben nämlich Zwillinge. Oh toll. Am nächsten Tag ist Frau Löffel wieder zu Hause. Hallo. Können wir bitte die Zwillinge sehen? Ja, natürlich, Peppa. Oh. Sind es Jungen oder Mädchen? Na, beides. Ein Junge und ein Mädchen. Sie heißen Lotte und Laurenz. Also habt ihr doch beide Namen genommen. Ja. Lottelöffel und Laurenzlöffel. Das sind die besten Namen der Welt. Und wir haben sie uns ausgedacht. Guck, 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 guck. Guck, guck, guck. Böck. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020